Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crash Bandicoot 2. Und ich würde auch sagen, wir starten gleich ins nächste Level. Ich kehre die Flugsteuerung. Schon wieder so ein Fliegelevel, das hatten wir glaube ich in der vorletzten Folge. Das ist sogar schon drei Folgen her. Naja, aber das hatten wir auf alle Fälle schon. Schauen wir mal. Dann bin ich halt wieder so langsam und angeschissen, aber... Ähm, okay. Eigentlich dachte ich mir, dass ich das jetzt nicht berühre. Egal. Wir sind gut im Rennen. Um die Letten zu erfolgen. Relativ schnell gemacht. Was! Das war's für heute. Wenn ich dann da auf Zeit muss, das würde noch spannend. So, so, so. Sehr gut, das ist auch immer gut, wenn ich noch so ein extra Leben habe. Also, gut. Gut. Ich habe da jetzt post. So gut. Und auch da. Macht auch nichts, weil wir hätten noch sein Leben. Sehr gut. Gut. Wir haben den Kristall und wir haben das Level-Duo. Perfekt. Und die letzte Enttage flutschte richtig. Also, wir werden bald mal Cortex gegenüberstehen. Außer im zweiten Teil steht mir nicht gegenüber, aber das glaube ich doch. So, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir haben noch eine Folge vor uns, bevor wir Cortex übertreten. Vielen Dank. Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.